So Leute, wir müssen ein bisschen Hackengas geben, denn der Aufsichtsrat des FC Bayern, der sitzt schon zusammen. Und ich hab's gestern schon gesagt, hätte wahrscheinlich auch eine eigene Folge verdient. Die bekommt er. Wir gehen heute in den kleinen Tart-Check. Let's da go! Das ist immer Mike, klick mal auf Like. Bist du der Babbo? Klick mal auf Abo. Ja, es ist so ein bisschen die Personalie dieses Wechselsommers. Das ist Jonathan Tarr in aller Munde. Morgen schließt sich das Kapitel endlich. Deadline Day ist morgen und deswegen wollen wir heute mal durchspielen. Bleibt Tarr und was passiert, wenn er geht? Vielleicht zu den Bayern und was würde dann aus Bayern werden? Ganz fix einmal der Beweis, dass wir hier Prime Tarr aktuell in der Bundesliga sehen und zwar mit seiner Passquote. Die ist ganz scharf. 94,5 Prozent. Die 1 Liga weit letzte Saison gewesen. Keiner spielt sauberer. 70 Prozent Luftkämpfe. Auch ein absolutes Zweikampf-Biest. 1.851 Pässe im Spielaufbau. Da ist er Platz 5. Platz 3 ist Chaka sogar. Also ganz wichtig im Aufbau-Konstrukt der Werkself. Und er hatte, ich hab's gestern auch schon gesagt, nur ein Fehler vor Gegentor. Bayern hatte insgesamt 16 Fehler vor Gegentoren. Klar verteilt sich über mehr Schultern, aber alleine Upa Mekano können wir hier schon mal hervorheben. Der hatte drei, also dreimal so viele. Und Kim hat jetzt auch schon einen direkt eingesammelt gegen Wolfsburg. Dann möchte ich einmal die beiden Fanlager hier abklappern. Status Quo. Was sagen die Offiziellen? Wir haben einmal Christoph Freund, Sportdirektor beim FC Bayern. Der verwies nach dem VfL-Spiel auf den personalen Engpass mit Stanisic und Ito. Zeigt aber auch auf das offene Transferfenster. Noch bis Freitag hin. Und ja, das ist für mich schon eine klare Ansage im Sinne von, wir machen hier noch einen Wechsel. Simon Rolfes ist weiter in Pokermanier. Wieder unterwegs. Bekam gestern bei Sky die Tür auch nicht zu. Es gebe keine Indizien, sagt er. Er erwartet, dass TAR bleibt. Das hört sich für mich anders an, als wenn er sagen würde, TAR bleibt. Von daher, er erwartet es, aber er hätte ja hier auch sagen können, Riegel vor und Schicht im Schacht hat er nicht gemacht. Und deswegen, ja, bin ich hier auch immer noch offen und lieb Eugel hier noch mit dem Wechsel. Wir gehen mal weiter und zwar habe ich auch mal in der Academy rumgefragt und habe hier vier Insider und Experten an mein Mikro bekommen. Und die Gedanken möchte ich mit euch auch einmal teilen. Wir haben einmal Party Mike, der sich pro TAR-Transfer äußert für den FC Bayern. Das würde Ruhe reinbringen, schreibt er. Potenzial hat er auch zu einem Weltklasse-IV, wenn er nicht das schon sogar ist. Bringt hier auch eine coole Analogie mit zu Boateng. Und Rüdiger fand ich mega nice und spricht von einem kalkulierbaren Gamble für die Bayern. Dann haben wir Sebo Chen. Er sagt, TAR würde die Bayern stabilisieren, also geht hier auch mit. Gleichzeitige Schwächung der Werks-Elf, das fand ich auch spannend. Da haben wir nachher auch nochmal unseren Datenanalyst nochmal zu. Der hat dann ein bisschen eine andere Meinung. Dazu nachher mehr. Und Sebo schrieb auch von der Hierarchie. Habe ich euch jetzt hier nicht eingeblendet, aber den Punkt muss ich auch machen. Denn das bedarf auch einem guten Kommunikator. Das muss Kompanie entsprechend auch gut moderieren in der Kabine, wo sich TAR dann in der Hierarchie dann auch einpendelt und einrangiert. Faber bringt die Sieger-Mentalität nochmal hervor. Die, mit der ist er ja ausgestattet bei der Werks-Elf. Und die könnte auch richtig gut funktionieren bei den Bayern. Er hat ja dieses Invincible-Bundesliga-Gen nach wie vor inne. Von daher auch das ein richtig cooler Fact. Und wir haben Mack Mocker. Mack ist ein bisschen taktischer unterwegs als die anderen Jungs. Er bringt ganz explizit den Spielaufbau ins Spiel. Und fordert Palinja schnellstmöglich auf dem Platz wie ein General. Und er möchte die Fehler abstellen. Bowie gefällt ihm da nicht. Der ist defensiv zu schwach. Und verschuldete ja auch den Elfer. Und auch Davis hat seine Qualitäten woanders. Fordert hier auch direkt Guerrero. So Leute, ich bin Fan von Taktik-Boards. Deswegen gehen wir mal in den Tactical-Feed. Den habe ich euch mitgebracht. Und wir sagen mal hypothetisch. Bayern holt Tart. Was würde das für die Taktik des FC Bayern bedeuten? Ich möchte es euch einmal aufmalen. Und so ein paar taktische und statistische Komponenten hier anbringen. Wir gehen einmal mit dem Spielaufbau. Und zwar mit Mack Mocker. Der sagt erstmal, das sind die IVs mit Torwart sind er erstmal verantwortlich für. Die sind die Anspielstation. Und dann auch die AVs. Die orientieren sich außen. Und auch ein bis zwei defensive Mittelfeldspieler. Die kommen dann auch nochmal entgegen. So hat Kompany es zum Beispiel auch gespielt bei Burnley. Und in der Theorie hat man so dann auch immer Überzahl. Und kann dann ja einen freien Spieler raussuchen. Und der dann den langen Ball chippt. Mack hat direkt aber auch schon das Wolfsburg-Spiel in der Analyse mitgebracht. Und da sah es dann so aus. Die IVs waren häufig 10 bis 15 Meter vor Manuel Neuer. Wurden zugestellt. Und die Bälle gingen dann lang und weit auf die AVs und DMs. Einfach direkt mit 30 Meter Pässen. Und ja, die konnten dann immer super zugelaufen werden von den Wolfsburgern-Verteidigern. Die konnten dann gut abschirmen. Und es wurde teilweise nur umgesetzt. So dieser Plan mit dem, dass man sich wirklich früh und hinten auch direkt anbietet. Das auf jeden Fall aus seinem Augentest. Also wir machen das trotzdem mal, wie Merck es meinte. Früh anbieten. Nah an Manuel Neuer. Ich schiebe hier direkt mal Tar und auch den Upamecano direkt mal hier nach hinten. Und dann versuchen sie im Zusammenspiel halt das Leder dann nach vorne zu bekommen. Wir gehen jetzt mal hier auch von keinem Gegnerdruck aus. Und genau, die verschieben dann nach vorne. Wo ich jetzt drauf hinaus will, ist nämlich der Ballbesitz-Fußball. Dominant agieren. Schnelles Kurzpassspiel. Das sind auch alles Attribute, mit denen sich Kompanie auch schmückt. Und dafür hat er jetzt hier auch die Top-Jungs. Und das hat auch schon gut geklappt. Spieltag 1. 65% Ballbesitz gegen Wolfsburg. Successful Passes from Open Play. 86% sogar. Also das sind die Pässe untereinander. Auch da eine sehr scharfe Passquote. Also mit verschiedenen Passstaffetten wurde hier gearbeitet. Und so können dann die Bayern-Verteidiger nach vorne schieben. Sehen wir auch gleich realtaktisch, wie sie dann im Endeffekt auch über das ganze Spiel hinweg gestaffelt waren. Und ja, wie gesagt, wir gehen mal vom Gegnerdruck hier nicht aus. Und sie spielen sich dann horizontal den Ball hin und her, bis ein Spieler dann frei eröffnen kann. Dabei schieben sie schnell nach vorne. Die Spieler vor ihnen versuchen sich natürlich anzubieten. Das ist natürlich ganz wichtig hier, das Positionsspiel. Dass die quasi so lange rotieren, bis dann der freie Mann da ist. Respektive dann über Kimmich. Pavlovic. Natürlich kann sich Musiala da aber auch gut anbieten. Wir haben natürlich aber auch Palinja im Blick. Wenn der jetzt reinrückt, dann ist er natürlich da auch ein wichtiger Impuls und ein wichtiges Glied zwischen den Ketten. Hatten wir auch schon im Team-Check gesagt. Genau, da kommt Palinja auch ins Spiel. Das Problem in Wolfsburg war aber, dass die sehr mannorientiert verteidigt haben. Das heißt, die haben ganz schnell immer Bayern den Haaren eigentlich abgedreht und wollten immer schnelle Zugriffe. Und das war so ein Überraschungselement, womit die Bayern eventuell auch nicht gerechnet hatten. Das passierte dann zum Beispiel auch bei dem Fehler vor Gegentor von Min Jae Kim. Der wurde überrascht von Wimmer. Und ja, das war natürlich aber auch sehr risikoreich. Der Wolfsburger, die da sehr hoch auch standen und auch da sehr hoch verteidigt haben, früh attackiert haben und versucht haben, die Räume schnell zuzumachen. Und wenn die Bayern das schnell überspielen, was sie auch ein, zweimal gemacht haben, dann sind sie da auch frei durch. Wir schauen uns jetzt aber nochmal die Balldominanz an des FC Bayern. Realtaktisch war das mich so positioniert. Das ist jetzt etwas verzogen, weil Olles und Gnabry sind dann rausgegangen und die sind hier nicht abgebildet. Die Bayern standen hoch. Ich würde Daya, der direkt dann, der dann auch am Ende noch reinkam, den würde ich jetzt hier mal außen vor sehen, weil da die Durchschnittsposition für die letzten zehn Minuten jetzt auch nicht so viel aussagt. Wir können aber schon sehen, dass sie dann doch ein bisschen da defensiv auf jeden Fall standen. Und Upamecano möchte ich hier aber anbringen, weil der auch das Spiel durchgespielt hat. Und der steht mir doch ein, zwei Meter weiter hinten, also sogar fünf bis zehn Meter. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Bayer-Leverkusen-Dominanz in Gladbach, da war Thar doch ein bisschen weiter vorne positioniert. Und das sind vielleicht auch so diese ein, zwei Meter, die dir im Bereich Balldominanz und die dir da einfach mehr Möglichkeiten öffnen. Das ist jetzt natürlich erstmal nur Spieltag eins, aber da kann ich schon so eine kleine Tendenz erkennen auf jeden Fall. Bayern könnte sich dann quasi mit Thar auch nochmal einen Tick offensiver positionieren. Und das Geile ist, dass du mit ihm sogar noch diese Qualität bekommst im Aufbauspiel. Einmal, er strahlt diese Sicherheit, die Souveränität aus. Und gerade bei dem Balltransport nach vorne, den wir jetzt auch beschrieben hatten, da ist er auf jeden Fall fehlerlos unterwegs. Und in seiner Gesamtheit generell mit dem Ballvortrag ist er da super. Gleichzeitig ist er auch beim Ballverlust, hast du auch immer noch, ist er ein guter Mann gegen den Ball. Also der hat den Pace, er ist der fünftschnellste Verteidiger in der letzten Saison gewesen mit seinem 35er Speed auch und kann dann auch da immer sehr gut absichern. Hat da erstklassige Bewegung und kann da auch einfach diese absichernde Komponente einfach direkt bringen. Und ja, du könntest mit Thar aber auch noch was ganz anderes machen. Das hat Tuche letzte Saison auch ausprobiert in Hoffenheim. Das ging dann aber leider ein bisschen daneben, weil sie natürlich das auch nicht so richtig eingeübt hatten oder wenig Spielpraxis dafür hatten. Was wir natürlich auch haben mit Thar, er ist der IV. Und man könnte dann auch ein variables Element der Dreierkette vielleicht auch installieren. Min Jae Kim dann rechter IV und Upa linker IV. Das wäre auch nochmal so eine neue Variable, die er ins Spiel bringt. Über die Schiene dann mit Bowie und Davis. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oder alternativ natürlich Leimer und auch ein Guerreiro. Und ja, würden dann das Spiel noch mehr auch vielleicht in die Breite ziehen. Das wären dann nochmal auch so da spannende Elemente. Denn aktuell ist es dann doch eher so gewesen, dass, wie wir es auch erwartet hatten, dass die Außenverteidiger ins Zentrum ziehen. Das kann aber definitiv auch dann so bleiben. Aber sie hätten dann auch da einfach nochmal mehr Variabilität auch über den Flügel. Das wäre so eine Komponente, die ich auf jeden Fall sehe. Generell finde ich da auch Stani Sitsch, der natürlich gerade nicht beim Team ist. Den finde ich auch sehr spannend, weil der variabel in sich ist. Der kann nämlich sowohl die Schiene als auch den RIV stellen. Das heißt, du wärst sogar variabel im Spielgeschehen selber. Das wäre auch nochmal gut. Der ist natürlich nicht da gerade. Von daher ist der auch erstmal außen vor. Ich würde es so zusammenfassen und zwar mit den Mutmachern. Mit Thar für den FCB. Also wir haben einmal die Stabilisierung im Aufbauspiel. Er ist ein Ruhepol quasi während des Ballvortrags. Und er ist auch ein Defensivanker, der auch hoch verteidigen kann. Das ist eine Stärke von ihm. Er hat noch Entwicklungspotenzial vielleicht sogar zu einem Top-IV, zu einem Weltklasse-Innenverteidiger. Das fand ich auch eine spannende Analogie. Auch da mit Boateng und auch Rüdiger. Sehr, sehr cool. Und du hast die Siegermentalität. Die hat Faber angebracht. Ja, dass du Bayern einfach wieder dieses Sieger-Gen einimpfst. Und ja, da sind Upa Meccano und Kim sind eventuell doch ein bisschen am strugglen gerade. Und Thar wäre da auf jeden Fall eine Art Sicherheitsinstanz. Problemzone haben wir auch. Ungewisse Bayern-Konstrukt. Thar müsste sich da natürlich auch erstmal einspielen mit Eddie Tabsoba. Und hin Kapi hat er natürlich Jungs, die er schon über einen längeren Zeitraum kennt. Mit denen ist er eingespielt. Das ist eine ganz safe Kette da immer gewesen. Mit wem spielt er, ist erstmal die Frage. Spielt er mit Upa Meccano? Spielt er mit Kim? Das ist erstmal eine Frage. Dann natürlich auch der Druck beim FC Bayern. Generell, finde ich, bekommt er ganz viel, ich sag mal, Star-Appeal, ganz viel Celebrity-Spotlight. Der ist ja gefühlt in jeder Analyse, der ist gefühlt auf jedem Cover gerade drauf gedruckt. Also, das ist dann auch die Erwartungshaltung von den Bayern. Die erwarten natürlich dann auch sehr viel. Und er soll natürlich dann direkt auch wahrscheinlich der Halsbringer sein. Also hier auf jeden Fall die Komponente Druck auch wichtig. Und Hierarchie von Sebo Chen fand ich auch geil. Ja, wo ordnet er sich ein? Wie kommuniziert Komponente das in der Kabine? Und welchen Platz nimmt er innerhalb der Bayern-Hierarchie ein? Das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiges Element, was Komponente dann entsprechend auch moderieren muss. Und wir schließen das mal hier ab mit unserer Redaktion und einer Prognose. Und unser CEO Svenno, der sagt, Taha hat einen super hohen Wert bei Leverkusen. Er ist der Leader, Ruhepol und er ist aktuell auf einem Top-Niveau unterwegs. Svenno sagt, er geht zu Bayern. Wir haben Hubi, unseren Datenanalysten. Er hält sich bezüglich Prognose, finaler Prognose bedeckt. Möchte da keine Aussage treffen. Sagt aber, das finde ich richtig geil, er stabilisiert die Bayern mit dem Warning-Schild. Denn das haben die letzten Jahre auch immer viele schon versucht. Und von daher hat man hier auf jeden Fall keine Garantie. Denn da sind viele auch dran gescheitert. Nennt die Kombi-Palinja-Kompanie als entscheidend. Das finde ich auch wichtig. Und was ich auch glaube, was er auch nennt, er sagt, das haben wir gestern schon beim Kostunu-Transfer gesehen. Kostunu ging, Nordimukiele kam direkt. Also da hatte man direkt den Berater schon am Hörer. Und ich glaube auch, Leverkusen ist ganz smart. Rolfes ist der Mann. Und die haben schon lange den Plan B natürlich durchexerziert. Das wird hier auch nicht den Meisterschaftskampf entscheiden, sagt Hubi. Finde ich auch eine mega geile These. Er könnte sich hier vorstellen, dass zwei neue Spieler kommen. Beispielsweise Matip und noch ein junger Spieler. Für die besagten 30 Millionen oder etwas weniger. Und dann aber beide, dass die Gehälter dann quasi damit abgesteckt sind. Ihm war es insgesamt zu viel Trubel um Jonathan Tah, der mit seinem neuen Berater Pini Zahavi natürlich mehr Optionen bekommt. Das ist auch okay. Aber er hat hier noch ein heißes Zitat. Und zwar scheint auch einen solch eleganten und geistlich reifen Spieler noch manipulieren zu können. Das finde ich auch noch mal heißes Feuer hier aus der Datenecke gegen den Spielerberater. So, und wir haben Hennock. Das ist unser Bayer-Insider. Der spricht hier aktuell vom besten deutschen Innenverteidiger der Bundesliga. Hennock, da gehe ich absolut mit dir. Vizekapitän. Sprachlich ist er breit aufgestellt. Kann sich mit Hincapi und auch Eddie Tabsober in der Muttersprache verständigen. Spricht neben Deutsch, Englisch, auch noch Französisch und Spanisch nämlich. Und sollte er gehen, fehlt ihm Führung in der Innenverteidigung. Sein Stellenwert sei nicht ersetzbar. Und er spricht sich letztlich für den Verbleib aus und sagt, Tah bleibt. Das war die kleine Tah-Analyse. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr generell das Format fandet. Dann würde mich noch interessieren, was ihr sagt. Bleibt er in Leverkusen? Geht er nach München? Geht er heute noch? Geht er morgen? Würde mich mega interessieren. Ich blende euch noch hier zwei Videos ein. Und zwar die Most High Players. We got them here. Und hier haue ich euch auch noch die Hot Takes rein. Aus der Liga-Analyse der Community. Damit bin ich raus und sage Tschüss.